Hallo, ich bin Rayek. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Elektroinstallateur bei der Firma Pezzeg Elektro AG. Hier ist mein Mitschrift Alessandro und wir zeigen euch jetzt einen Einblick, was wir im Alltag machen. Das Coole an unserer Lehre ist, dass es sehr vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit gibt. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich in der Freizeit auch gerne mit Strom hantieren oder sonst anderen helfen, die nicht mehr so draus kommen mit Strom. Die Lehre bei der Pezzeg sind wir, weil wir sehr viele verschiedene Projekte haben, wie zum Beispiel ein einfaches Einfamiliehaus bis zu einer grossen Industriehalle. Und so wird jeden Tag zu einer neuen Herausforderung. Für die Lehre brauchst du gute Mathekenntnisse, gute Physikkenntnisse, gutes handwerkliches Geschick und gut zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Unser Team zeichnet uns eigentlich aus, dass es ein sehr junges Team ist und du wirst sehr schnell integriert, also ein gutes Teamverhältnis miteinander. Wenn euch der kleine Ausschnitt aus unserem Arbeitsalltag gefallen hat und ihr noch mehr Spannendes erleben wollt, dann bewerbt euch bei der Pezzeg Elektro AG. Es geht jetztcode unser Team! Das ist so's auch ein Problem! Das ist so's sehr gut! Und dann wenn euch die Beauty chúng einig. chocolate ist weiß. Deshalb haben wir an Wählangen und einem heute noch Aufwand survive. Wir haben mulher ein Gefühl, wenn man selber erwähnt, warum oder wie es richtig calculator ist. Und zei. Ich verke боieruu mich wieder. Das ist so sehr.